Und jetzt muss ich nochmal China bemühen, um Ihnen zu zeigen, was denn die Wachstumsraten in China wirklich für Konsequenzen haben für den Ressourcenbedarf der Welt. China wächst seit 1978, seit Deng Xiaoping, jährlich mit ungefähr 13% nominalem Wachstum pro Jahr. 13% nominalem Wachstum. Das heißt, alle fünfeinhalb Jahre verdoppelt China seine Wirtschaftsleistung. Seit 1978 haben wir schon sechs Verdoppelungen erlebt und wir werden in den nächsten sechs Jahren bis 2015, das ist auch der Zeitraum, bis zu dem dieses Infrastrukturprogramm gilt, wir werden bis zum Jahr 2015 eine weitere Verdoppelung der chinesischen Wirtschaftsleistung erleben. Das heißt aber auch, dass China in den nächsten sechs Jahren, wenn das Wachstum sich so fortsetzt, in den nächsten sechs Jahren mehr Ressourcen benötigen wird und mehr Dinge herstellen wird, als in der gesamten chinesischen Geschichte zuvor. Das ist das Problem bei exponentiellen Wachstum und bei Verdoppelungen. Dass das keine Theorie ist, können Sie hier in der Grafik entnehmen, die haben wir auch schon in der Vergangenheit häufig gezeigt. Die zeigt Ihnen die Entwicklung des Proto-Sozialprodukts in der westlichen Welt und in China über die letzten 2000 Jahre. Das ist eine Grafik, die hat hier fett erstellt im Jahr 2003 und Sie sehen tatsächlich hier diesen exponentiellen Wachstum in China über die letzten 30 Jahre. Nehmen wir andere Beispiele, wurden ja auch schon thematisiert. Wir erleben im Moment immer noch, wir haben ja das, glaube ich, so einen Trinkwasserkrisengipfel gehabt vor ein paar Monaten. Wir haben noch immer die Situation, dass pro Jahr die Nachfrage nach Trinkwasser und Agrarprodukt mit ungefähr zweieinhalb Prozent steigt. Das hört sich nicht viel an. Das bedeutet letztlich, dass in den nächsten 28 Jahren die Nachfrage sich erneut verdoppeln wird. Das heißt aber auch, dass wir in den nächsten 28 Jahren eine höhere Nachfrage erleben nach Wasser und nach Agrargütern als in der gesamten Menschheitsgeschichte zuvor. Wir werden in den nächsten 28 Jahren mehr Kalorien verbrauchen als in den letzten 12.000 Jahren, seit es sesshafte Landwirtschaft gibt zuvor. Letztes Beispiel, Bevölkerungswachstum. Wir hatten Ihnen bei den anderen Rotschoß immer ein anderes Beispiel gezeigt, was über die letzten 5.000 Jahre zurückgeht. Wir haben hier ein anderes ganz nettes Beispiel gefunden. Wir haben ja im Moment die Situation im Jahr 2009, dass wir ungefähr 6,7 Milliarden Menschen auf dem Globus haben. Wir wachsen nicht besonders schnell, nur mit 1,2 Prozent pro Jahr. Das ist nicht viel. Jetzt kann man sich überlegen, wenn dieses Wachstum Bestand hätte, wir würden weiter wachsen mit 1,2 Prozent pro Jahr. Wir hatten ja schon 2 Prozent Wachstum in den 60er Jahren. Wann haben wir eine Bevölkerungsdichte von einem Mensch pro Quadratmeter? Nun, das ist, wie ich finde, eine überschaubare Zahl. Das dauert nur noch 600 Jahre. Und dann stellen wir mal, wir könnten danach weiter wachsen. Die Menschen würden sich sozusagen in Stockwerken aufbauen. Wie lange dauert es, bis das Gewicht aller Menschen größer ist als das Gewicht der Erde? Auch das ist eine überschaubare Zahl. Das sind nur 1700 Jahre. Und Sie können daran erkennen, und deswegen möchte ich darauf nochmal hinweisen, exponentielles Wachstum führt selbst bei geringen Wachstumsraten in überschaubaren Zeiten zu ungeheuer großen Zahlen. Jetzt können Sie sich fragen, wenn das so ist, warum merken wir das nicht? Wieso ist uns das im Alltagsgeschäft nicht bewusst? Die Beispiele, die ich Ihnen genannt habe, sind ja von der Rechnungsweise her trivial. Die könnte ja jeder von uns selber ausrechnen. Aber trotzdem staunen dann doch die meisten, wenn sie das sehen. Die Beispiele, die ich Ihnen genannt habe, sind ja die Beispiele, die ich Ihnen genannt habe.